Ah, Hallöchen meine Leute und bitte kommen zurück zu das Plätschalos für uns im Publikum. Ach Gott. Das ist echt nicht wahr. Mann, hey. So, wir haben im letzten Part den Hauptquellen, also unser Nebenhauptquellen, erledigt. Komm, wir lauf ein bisschen. Das passt schon. Wir sind überlevelt im letzten Part. Aber das macht nichts. Anscheinend hat Miss Montana ein Problem. Und wir gehen jetzt vor unser Hauptquellen, was wir am Anfang machen sollten. So, ich habe Post. Wer wird das? Ähm, wer wird das? Ja, das ist unsere Hauptquellen. So. 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 Om nom 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 nom. Am Lades wie feg dich ich doch. Ich erhasse dieses Lied, weil ich... 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 das angeklickt habe. Ich habe es mir gehofft. Ich habe es mir gehofft. Ah, wir können immer noch die Eckperspektive wechseln, ok, dann waren wir mal unsere Hauptquests zu tun, das sah nicht gesund aus, oh fuck it! Nein, ach scheiße, das mag ich alles, die hat mich nicht gemocht, verdammt, na warte, du bist, nein, ich weiß, dass ich es mehrfach durchgespielt habe, aber ich finde es immer noch traurig, Mann, oh! Offensichtlich hat euch Darth Barras nicht genau darüber informiert, mit wem ihr es zu tun bekommt. Diese Demonstration sollte dieses Manko beheben. Nein! Nein! Du bist ein Narr, wenn er glaubt, dass wir in einen so offensichtlichen Hinterhalt hineintatten, oder? Hallo, wieso fragst du mich? Ratari ist mein Ziel, also werde ich jeder Falle standhalten, die er mir stellt. Na, dann gilt wohl dasselbe für mich. In Ordnung, dann sehen wir mal, was uns erwartet. Ja! Ja! Nein, ich hoffe! Ja! Oh mein Gott! Nein, ich bin voll! Was? Bis später! Bis! minus! Haben muss! Yeaaah! Au! Wie cool aus! Siehe ein bisschen aus, wie Kali aus Yu-Gi-Oh! FiveDs! Der Unterschied sich, von jetzt, wenn ihr nichts ähm, violette, äh, violette schwarze, äh, Kleidung hatte und orange, äh, ähm, orange, äh, Hintergrund, genau. Wie? So. So, du, Mistbist. So, du, Mistbist. So, du, Mistbist. So, du, Mistbist. So, genau, da muss ich kurz gucken, ah genau, ist das unterste Hauptquist, nein, unser Nebquist, schade, was so einfach ein Nebquist ist, ich weiß, und direkt übertreibt, das mag ich schon, ah, wie konnte ich das nur vergessen, ein Moment bitte, Major D'Amaro ist vom Kriegshysterium, ich brauche eure Talente für eine sehr dringende Mission, ich bin ein Sin, ich unterstehe euch nicht, Major, das ist mein Partner, Herr Uwe der Hutte, sein Kartell leitet den Netzzucker Sektor, das Herzstück des gesamten galaktischen Holo-Netzes, das so einfach ist mein Partner, nicht in der Welt, ich habe ein Partner, Es ist so gut wie unmöglich, ins Datenzentrum zu gelangen. Im Netzzugriff gibt es eine Reihe von gut bewachten Konsolen. Jede besitzt einen eigenen, zeitlich begrenzten Code. Beschafft sie euch alle und eilt dann zum Datenzentrum. Wenn ihr das Datenzentrum-Zugangsterminal mit allen Codes erreicht habt, melden wir uns mit weiteren Anweisungen. Verstanden? Die Codes beschaffen, die Konsolen zerlegen, mich bei euch melden, wenn ich dort bin. Und ihr seid da, ihr seid schuld. Also, dann wollen wir uns auch mitmachen, ne? Geil, geil, geil. Senpai, und ich hab nicht Winde verlaufen. Da. Und das da. Und das. Und ab, jetzt nehm ich an. Ja. Okay. Ich. Glaube ich. Wer war das denn grad? Oh Mann, da haben die Ganker. Oh Mann, ich. Ah meh, 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 meh. Die Ding. Ich wollte. Das gucke ich später. Ach, ich. Wenn ich Internet habe. Maschinen gegen Menschen, ist das nicht in die Zimmerung fair? Ich hab den Text vergessen, weil ich nicht einfach kein Text kann, weil ich nicht einfach besser was bin. Ich reiße euch in Stücke. Maschinen. Maschinen, Maschinen. Maschinen. Das war's für heute. Was auch immer? Fuck. Man hat ja fucking Stücke mit Machtscheibe. Und ich, ähm, uiuiui, ähm, da muss man jemand aufräumen. Und, ähm, ich beende mal hier und wir sehen uns in den nächsten Part wieder, halt ein bisschen kürzere Folge als normal. Bye, bye.